Oh, geil! Oh, geil! Sehr schön! Oh, Zelda Map. Ich freu mich. Hype. Ähm... Können nichts, aber nichts. Ach so, ihr seid gerade in eurem privaten Dialog. Ich habe schon überlegt euch... Ne. Ja, ich komme auch morgen. Ich mag auch diesen Sascha nicht. Finde ich auch weird, aber... Ist in Ordnung. Also von daher. Also in Ordnung, Besuch freue ich mich immer drüber. Nicht? Nein, Quatt. Keine Ahnung, wie cool. Ich... Ich habe aufgeschrieben, ich finde heraus, über wen ihr redet und schicke ihn einfach die Sprache. Nein! Ähm... Jane muss morgen früh auch raus. Äh... Kann ihn nicht weiterlesen. Ähm... Muss gewinnen. Huuuuh! Hahaha, das wäre so gut! Boah, ich brauche echt generell... Ich glaube sowas so als Nachricht oder sowas. Das wäre so cool. Oh... Wirp-Bitte sind immer das Muff... Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Ich bin enttäuscht... Jawoll! Ich will bitte jetzt nimm das. Aber Vipetus ist da gar nicht hängen geblieben. Kann das sein? Oh, bei mir bist du einfach gegen diese Wand geknallt und dann warst du durch den Brunnen durch. Voll gemein, ey. Ich muss morgen früh auch raus. Fahre Freunde, die heiraten mit einem Käfer von Location zu Location. Freue mich auch drauf. Hoffe schönes Wetter. Ich muss das Brautkleid ja nicht tragen. Dann auf jeden Fall viel Spaß. Wann musst du denn aufstehen? Freunde, von Location zu Location zu fahren, das klingt jetzt erstmal anstrengend. Um 7 musst du auch stehen? Okay, ja gut. Muss ich auch. Von daher. Das sind Zeiten von Homeoffice früh. Das sind Zeiten von Homeoffice früh. Ja gut, das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich natürlich. Diesen Luxus habe ich nicht. Es gibt so viele Maps. Ich glaube, ich habe gefühlt alles nur doppelt gesehen heute. Nein, wie wird das mit meinem Item? Egal, ich wüsste das nicht. Gut. Äh, kommt Harley, ey. Ich komme mein Item. Und dann ist das. Gut. Ne, das war eine schlechte Idee. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich fahre im Real Life. Das ist kein Rennen mit Bananen und... Das wäre eigentlich cool, ne? Ja, zwischendurch habe ich schon eine Bananen schon nach hinten. Aber irgendwie rutschen die nicht aus. Ich wollte euch beide erwischen. Aber nein! Ich habe nach hinten geguckt. Ich sah, dass ihr auf eine Karte näher kommt. Und ich hatte ein bisschen Angst. Ne, aber ähm... Ja. Fabi ist hinter mir. Was willst du denn da? Jawoll. Pikachu regelt. Na, wo kommt die Watsche her? Was? Pikachu Blitz gerade. Das ist ja furchtbar. Sehr geiles Video, kenne ich. Oh, 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 oh. Welches Video? Nein, siehst du nicht. Gar nicht wach. Quatsch, quatsch. Ich muss mal... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Es ist schön, erst mal drei Leute erst mal... Ah, ja, sind wir die. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Das ist auch schön. Wen habe ich jetzt eigentlich getroffen? Ich... Ist das Ironie? Ich... Toternst. Okay, das freut mich. Finde ich gut. Immer wieder schön Leute in Mario Kart Bann rein zu ziehen, um immer mehr Hass in der Community aufzubauen durch Mario Kart. Zum Glück spielen wir nicht noch Mario Party, ey. Stellt euch mal vor, ey. Ja, geht ja, genau. Es hat ja leider keinen guten Online-Mehrspieler. Ah, Pikachu geht... Ja, so ein paar Minispiele. Also Moment, gute Nacht Pikachu, schlaf gut und danke, dass du dabei warst. Und dann bis morgen. Wahrscheinlich, morgen Abend wahrscheinlich wieder. Guck mal. Ich weiß noch nicht, wann ich genau zu Hause bin, aber ich... Ne, das weiß ich nicht. Ich kann's... Ne, ich glaub... Ne, das muss ich noch ein paar Mal hören, um überhaupt Zeug zu sagen. Wer... Wer hat dir dein Item weggenommen? Hi, Wippertus. Macht ja nichts. Nein. Wer platzt meinen Pilz? Eee, ja. Irgendwittes, ey. Nein. Hm. Achso, Eisvogel. Ach, das sehe ich gerade. Entschuldigung. Ich dachte, ich sehe das nur im Augenwinkel. Du hast dieselbe Farbe wie Pikachu und deswegen dachte ich, das wäre Pikachu gewesen. Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht, Eisvogel. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Die Bombe war ich nicht. Danke, bitte. Das ist so schön, wie du vor mir gefahren bist und ich, ich, es, nein, ist mir egal. Ich möchte, ich würde es wieder tun. Willst du vor mir? Ja, ich weiß. Dich treffe ich nicht. Scheiße, das habe ich nicht mal nicht. Aber das war es mir. Egal. Oh Gott, der Blitz war so gut. Das war sehr, sehr passend. Wie viele? Danke, Fabi. Ne, finde ich gut, Fabi. Ja, finde ich sehr gut. Ich sage doch, ich brauche hier ganz geheime Wiedergutmachungen für Big Big Park. ca. Ich werde Jaiyoshi Hm, inwiefern wie, was, was? Achso, da! Pikachu! Leute, so macht Mario Kart sogar noch mehr Spaß. Dankeschön. Achso, ja gut, Pikachu ist aber schon schlafen. Upsi. Habe ich, sehe ich auch jetzt gerade. Aber das stimmt, finde ich, naja, das ist ganz cool, wenn die Leute mal keinen Babypark wählen. Nein, ähm, ne, finde ich aber auch viel witziger. Also, es funktioniert aber auch ganz gut, muss ich sagen, dass, trotz der ersten, dass ich keinen Discord im Stream laufen kriege, trotzdem dann hier Discord und die Leute kommen dann hier rein, die hören mit und sowas. Finde ich cool. Gerade weil, ähm, dann vor allem die aktiven Leute dann auch im Discord dann hier mithören und sowas. Finde ich immer mega cool. Ich glaube, das ist mehr Hass über Spielen, aber... Nein! Ne, ne, da hat Pikachu recht. Ja, aber vor allem... Aber vor allem schön, dass du, ähm, ne, gerade rechtzeitig Mario Kart, ähm, heute noch bekommen hast. Ist immer wieder schön, wenn ich Leute zu Mario Kart, äh, Mario Kart manipulieren kann. Äh, ich meine zum Mitspielen überreden. Weil Harley, warum machst du dich so breit? Ich hatte keinen Platz, nur dass du so breit gemacht. ne gibt er nur den 1 mit zwei in ordnung waren ja nur meine drei kürze wie war das mit platz sein kommt zurück genau so jawohl geht doch so wenn aber noch nie wird es ist immer du freundlich ist das ist das dann wird das blutfeld das klappt wenn ich habe nein hast du die was das deine bombe was wirst du los hier nimmt das und das nehmen wir noch mal raus hau raus ich will ich habe sogar ein entwickler vorbekommen ich würde behaupten bei wippetes ist das berechnung dass er auf dem letzten platz landet ja das glaube ich auch wieso finde ich schön dass fabi weiterhin standhaft bleibt ihr seid ja immer noch dabei sicher doch ja aber das ist jetzt glaube ich also wir fahren jetzt glaube ich noch die letzte lobby also wir haben glaube ich sechs rennen ich weiß nicht wie viele aber machen gar nicht mehr so lange aber ne falls du lust also bisher ach so wenn du möchtest du kannst noch für den rest ja gut wir machen glaube ich nur noch wir haben ja sechs rennen fünfte map wenn du magst kannst du zu unserem voice kommen als zuschauer und mithören man kann halt nicht reden aber wenn du auf discord daneben bei bist wir reden halt hier nebenbei im voice das siehst du nicht weil du weil ich die für die ränge halt immer damit ich so damit nicht plötzlich leute einfach den wo es reinkommen und sowas und stören man weiß ja nie wer im stream kommen kommt auf discord kommt dann den voice und tada deswegen habe ich damit eine kleine kontrolle deswegen sieht man auch den wo es nicht aber ach holen sie hat den kranken so ok gut dann kannst du jederzeit hier auch ruhig in den voice reinkommen hier hört man nicht nur mich sondern harley fabi sarah wird das habe ich gemütet mir viel nichts gerade in dem moment ein muss ich noch so irgendwie bleibt das nächste mal ok also nur damit er auch bescheid weiß wir haben dann hier nebenbei immer noch so den voice man hört niemanden im stream wie man hört sondern eigentlich nur mich das hat aber so sind wir dann nebenbei im voice das hat dann glaube ich ehrlich gesagt hat das sehr viele vorteile auch wenn das technisch technische einschränkungen aber wie auch gerade wit war schon im ziel ich bin platz 3 denkt mir ich denke so boh erstmal stach raus oder kriegt hd direkt vor mir den ab und denkt mir was ist das denn warum wo ist denn das war so es war ja nicht mal gewollt das ist keine andere wahl das ist deine mod pflicht hast du unterschrieben musst du nicht ich kann fabi fragen ich weiß ja auch nicht also von daher ist in ordnung ich weiß mal gleich wer bett ist wo bist du nichts in diesem npc ist mit ihren wenn sie so ein stern schon in der hand halten und wenn sich den von dieser impflicht ist die können doch eh nichts aber und dann nerven die einfach schießt sich selbst ab also wie sollen wir dann nicht ja immerhin in der wahl kommt die den auf einmal her die grünen winch ich bin fabi wieso war immer du zu allem sagen da hat mich einfach überholt das ist so das ganz bestraft was mich wirklich weg jawohl sind meine ganzen ich hatte so viel was war so mit einer münze genauer mit grünsche kaufen oder was wir bestehen wenn ich du wir was denn Ich werde. Okay. Okay, cool.